Ich möchte ganz viele Küsse haben. Küsse, ey, ich meine... Was für ein wunderschöner Tag. Und hey, Freunde, reingelegt. Ich bin's nur, Icky. Und hey, Freunde, freut mich wirklich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht jetzt schon mal den Kanal zu abonnieren und rechts rechts auf die Glocke zu drücken, damit ihr ein Teil der coolsten Armee auf YouTube werdet, der Icky-Armee. Haha, ganz genau. Das würde mich super freuen. Und wisst ihr, was mich auch super freuen würde? Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Also ein Like da lasst. Oh ja, ganz genau. So. Huch, was ist denn hier? Moment mal, da schaue ich jetzt direkt rein. Oh, das ist leider nur eine leere Kiste gewesen. Leute, im letzten Video, da haben wir den Game Master gejollt. Und das war total witzig. Da habe ich mich nämlich als Mädchen verwandelt. Moment mal, ich zeige es euch. Und zack. Und wir haben den Game Master so getrollt. Und ich habe so geredet. Und ich habe mit dem Game Master mich getroffen. Und ich zeige euch mal, wo der ist. Der war da drüben. Moment mal. Wir können ja mal rüberlaufen. Und das war total witzig. Und ich würde sagen, das machen wir heute nochmal. Das haben sich ganz, ganz viele in den Kommentaren gewünscht. Und ich würde sagen, das machen wir einfach nochmal. So, ich habe hier auch seine Handynummer. Wir können das zusammen durchlesen. Meine neue Handynummer. 01512345. Game Master. Hm. Und da haben wir einfach angerufen und sind mit ihm getroffen. So. Und jetzt werden wir aus ihm rauskitzeln, wo Luki und Baby Game Master versteckt sind. Moment mal. Da vorne war er doch irgendwo. Oh oh. Ich glaube, der Game Master ist weg. Moment mal. Dann ziehe ich mich jetzt erstmal wieder um. Und hebe. So. Hm. Aber wo könnte der Game Master jetzt sein? Da müssen wir mal ganz scharf überlegen. Denn ich möchte mich unbedingt nochmal mit ihm treffen. Ich tue dann so, dass ich ein Mädchen bin und trolle ihn. Und dann verreitet er mir, wo Baby Game Master und Luki versteckt sind. Die beiden muss ich unbedingt retten. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier weg. So. Oh, da drüben ist ja noch dieser Bauarbeiter. Hallo. Bauarbeiter. Hallo. Weißt du, wo der Game Master ist? Nein. Der ist nicht mehr da drüben. Der ist woanders. Oh. Der Bauarbeiter weiß wohl auch nicht, wo der ist. Na gut. Trotzdem danke für deine Hilfe. Tschüss. So. Dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal hier lang. Moment mal. Da sind zwei Omega-Agenten. Oh Gott. Oh Gott. Moment mal. Leute. Diese beiden Omega-Agenten, die unterhalten sich gerade. Und wenn die mich sehen, werden die mich bestimmt wieder verprügeln. Oh oh. Das wollen wir doch gar nicht. Ich würde einfach mal sagen, wir verkleiden uns als Mädchen. Weil diese Omega-Agenten, die sind ja nur auf der Suche nach Icky. Deswegen tarnen wir uns einfach mal. Und ich ziehe jetzt mal mein Kostüm an. Moment mal, Leute. So. Zack, 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 zack. Und hepp. So. Da bin ich auch schon umgezogen. Moment mal. So. Haha. So. Und jetzt können wir uns da langschleichen. So. Und ich bin total gespannt, ob diese fiesen Omega-Agenten mich jetzt angreifen oder nicht. Moment mal. So. La, 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 la. Ich bin ein Mädchen. Oh. Hallo Omega-Agenten. Ich bin nicht Icky. Ich bin nur ein Mädchen. Haha. Wisst ihr vielleicht, wo der Game Master hin ist? Wie? Das ist euer Chef? Ja. Ich, ich, ich gehe ihn mal suchen. Tschüss. La, la, la. Ich bin nur ein Mädchen. Oh, schnell weg hier. Schnell weg hier. Ah. Oh. Leute. Habt ihr das gesehen? Die Omega-Agenten sind total drauf reingefallen. Ich habe die getrollt. Oh Gott, oh Gott. Das war total witzig. Aber die haben mir nicht verraten können, wo der Game Master ist. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Moment mal. Ich ziehe mich mal ganz kurz wieder um. So. Zack, 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 zack. Und. Ah. So. Da bin ich wieder normal. Und die Omega-Agenten dürfen mich jetzt bloß nicht sehen. Oh, oh. So. Ich laufe am besten mal in diese Richtung. So. Und wir klettern jetzt einfach mal hier rüber. Damit die Omega-Agenten uns nicht sehen. So. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt einfach nochmal den Game Master an. Und fragen ihn, ob er Lust hat, sich mit uns zu treffen. Aber natürlich nur als Mädchen. So. Und, äh. Wir brauchen jetzt ganz dringend erstmal ein Telefon. Wo ist denn hier irgendwo ein Telefon? Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen suchen. Telefon. Ich brauche ein... Da ist ein Telefon. Super. So. Dann würde ich sagen, Leute. Ich schaue mal hier nach der Telefonnummer vom Game Master. Meine neue Nummer. 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So. 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So. Es klingelt. Okay. Wir können uns gerne treffen. Wo bist du denn gerade? Ich bin bei dem Adventure Park. Ich möchte dorthin gehen. Wir können uns ja dort treffen, wenn du willst, in 5 Minuten. Aber klar. Ich werde dir sogar ein Geschenk mitbringen. Leute. Habt ihr das gehört? Der Game Master ist komplett drauf reingefallen. Der denkt, wir sind ein Mädchen mit dem Namen Ickiline. Aber Ickiline gibt es doch gar nicht wirklich. Das bin ja nur ich. Oh, Mann. Das war gerade total witzig. Und er möchte uns am Adventure Park treffen. In 5 Minuten. Aber ich habe aus Versehen gesagt, dass ich ihn am Geschenk mitbringe. Aber ich habe gar kein Geschenk. Hm. Ich könnte ihm ja die Waffe schenken. Aber Moment mal. Da. Nee. Dann weiß er, dass das ich bin. Weil die Waffe gehört Icky. Das weiß der. Okay. Die Waffe kommt schon mal nicht in Frage. Dann würde ich sagen, gehen wir erst mal hier einkaufen. Hallo. Ich hätte ganz gerne etwas eingekauft. Ähm. Was mögen Game Master? Wissen sie das vielleicht? Nein? Okay. Hm. Meint ihr, der mag vielleicht ein Sandwich? Oder etwas anderes? Hm. Eigentlich gefällt mir hier gar nichts von. Ich glaube, ich gehe wieder. Obwohl. Eine Sonnenbrille? Nein. Ich gehe wieder. So. Tschüssi. Okay, Leute. Wir müssen jetzt mal ganz scharf überlegen. Was könnten wir den Game Master schenken? Hm. Wir schauen mal im Klamottenladen nach. So. Und zack. Hallo. Wissen sie zufällig, was mein Game Master schenken kann? Nein? Dann muss ich mal hier suchen. Hm. Ich würde sagen, wir schenken ihm einfach ein paar Küsschen. Oh Gott, oh Gott, Leute. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Weil ich bin ja eigentlich ein Junge. Und der Game Master ist auch ein Junge. Aber der Game Master will das bestimmt unbedingt. Na gut. So. Wir ziehen uns erstmal wieder um. So. So. Und zu. Und hepp. So, Leute. Äh. Ich meine, natürlich. Hallo. Da bin ich wieder. So. Und äh. Keine Sorge. Ich bin's noch. Icky. Ich gehe nur jetzt zu einem Treffen. Tschüssi. Oh. Was will ich wohl die ganzen Leute fragen, wenn sie mich sehen? Weil die kennen ja normalerweise nur Icky. Aber jetzt bin ich ja ein Mädchen mit dem Namen Icky Liene. So. Ähm. Der Adventure Park. Der ist da ganz drüben. Oh, da müssen wir jetzt hinlaufen. Das ist total weit. So. Dann beeilen wir uns jetzt einfach mal. Und, Leute. Was sollen wir dem Game Master als Geschenk geben? Er will uns ja verraten, wo Baby Game Master und Luki sind. Das ist nämlich eine geheime Mission. So. Da drüben ist der Adventure Park. Mal sehen, ob der Game Master da ist. So. Und hier rüber. Und zack. Oh Gott, oh Gott. Hier komme ich gar nicht rüber. Da muss ich erstmal hier rauf. Und springen. So. Super. Wir haben es geschafft. So. Und. Da vorne ist der Adventure Park. Oh, Leute. Ich bin total aufgeregt, den Game Master zu sehen. Oh. Ist er da vorne? Da vorne ist der. Ich kann ihn sehen. Der steht da. Der schaut sich den Adventure Park an. Oh, Gott, oh Gott, Leute. Sollen wir da jetzt hingehen? Oh, ich trau mich irgendwie nicht. Ich bin total schüchtern und nervös. Okay. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Okay. So. Hallo, Game Master. Ich bin da. Ickiline. Wollen wir reingehen in den Adventure Park? Oh, hallo, Ickiline. Welch eine reizende Überraschung. Der Adventure Park ist leider geschlossen. Oh. Ich glaube, du hast recht, Game Master. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn du mir verrätst, wo Baby Game Master und Luki sind? Hm? Baby Game Master und Luki? Woher kennst du denn die beiden? Das sind die beiden Freunde von Icky, die sind Fiesling. Ich werde sie gefunden halten in meinem Gefängnis. Und Icky will sie retten. Deswegen darf ich dir nicht verraten, wo sie sind. Oh. Aber ich würde es so gerne wissen. Verrate mir bitte, wo sie sind. Ich tue auch alles, was du möchtest. Alles, was ich möchte? Hm. Ich möchte ganz viele Küsse haben. Küsse, ey, ich meine. Oh, ich mag auch Küsse. Ähm. Na gut. Dann warte einfach mal ganz kurz, Game Master, okay? Schließ deine Augen. Und ich gebe dir jetzt ganz viele Küsse, okay? 10 bis 10. Ich komme gleich. Oh, Leute. Habt ihr das gehört? Oh Gott, oh Gott. Der Game Master möchte, dass ich ihn küsse. Wie eklig. Aber soll ich das tun? Der verrät mir dann, wo Luki und Baby Game Master sind. Hm. Ihr entscheidet jetzt in den Kommentaren. Schreibt einfach, was ich tun soll. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, und ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal. Drückt rechts auf die Glocke, Leute, damit ihr ein Teil der Icky-Armee werdet. Schaut euch unbedingt alle anderen Videos von mir an. Im Video gestern haben wir den Game Master auch getrollt. Das war total witzig. Und wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und schaut alle anderen Videos von mir. Bis morgen. Tschüssi.